Herzlich Willkommen bei Notenlesen leichtgemachte von und mit Petra Ammersreiter. Viel Spaß! So und weiter geht's. Was wollen wir jetzt tun, wenn eine Tonart uns nicht gefällt? Was kann man da machen? Zum Beispiel, ich spiele Blockflöte und habe diesen Ton, das B, nicht mehr auf meiner Flöte drauf. Oder ich spiele ein Instrument, wo ich mit Kreuztonarten einfach lieber spiele. Oder ich möchte mein Stück einfach ohne schwarze Tasten spielen. Was mache ich da? So, wir versuchen jetzt einfach mal eine Transposition von dem Lied O Susanna nach C-Dur. Was bedeutet Transposition? Das bedeutet ganz einfach das Umsetzen in eine neue Tonart. Jetzt hatten wir ja unser Lied in B-Dur. Ich spiele noch mal die passende Tonleiter. Und ich nehme mir jetzt als Zieltonart C-Dur. Statt B gehe ich um zwei Tasten nach oben und beginne dort meine Tonleiter. So wie wir sie kennen. Und dasselbe mache ich jetzt mit meinem Lied. Also anstatt bei B zu beginnen und die Töne der Reihe nachzuspielen, beginne ich jetzt zwei Tasten höher beim C. Ich gehe damit einen Ganzton nach oben und jetzt kann ich einfach der Reihe nach meine Töne spielen. Muss mich jetzt auch nicht mehr um Vorzeichen kümmern, da C-Dur ja die Tonart ohne Vorzeichen ist. Also klingt unser Lied jetzt so. Wie habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach. Ich habe dieselben Tonabstände benutzt. Ich habe hier immer die Tonabstände zwischen den Tönen genommen und habe sie unverändert gespielt. Nur habe ich einfach alles vom neuen Startton C aus berechnet. Also vom C aus und jetzt einfach einen Ton nach oben zum D, wieder einen Ton nach oben zum D, dann einen Ton auslassen hier. Also hier vom I zum G und so weiter. So transponiere ich also ein Lied. Schritt für Schritt die Tonabstände oder auch Intervalle genannt, umsetzen in meine neue Tonart. Und weil es so schön war, versuchen wir es jetzt gleich nochmal und versuchen unser Lied aus B-Dur nach D-Dur umzusetzen. Also zwei Tasten höher. Ihr seht hier D, dieser Ton. Und wie ihr aus den vorangegangenen Videos wisst, ist D-Dur die Tonart mit zwei Kreuzen. Also jetzt muss ich mich wieder um zwei Vorzeichen kümmern, die heißen Fis und Cis. Die muss ich jetzt einbauen. Das werde ich aber auch gleich hören, wenn ich das vergesse. Also ich beginne beim D und setze wieder meine Tonstufen Schritt für Schritt um. Da haben wir gleich das erste Mal, wo wir aufpassen müssen, nämlich unser Fis einsetzen. Genau. Die erste Zeile ist mir schon geglückt. Ich spiele die zweite Zeile und passe dabei wieder auf, Schritt für Schritt. Die Tonabstände genau so zu beachten, wie sie hier in meinem Notenbild angegeben sind. Ja und so weiter. Ihr könnt das jetzt einfach mal in Ruhe nachvollziehen und ausprobieren. Vielleicht holt ihr euch auch noch mal das Farbklavier her. Dann könnt ihr noch mal, ohne euch mit Vorzeichen zu beschäftigen, das Lied nachspielen. Und wenn ihr das Lied dann gut im Ohr habt, dann sollte die Transposition doch ganz gut gelingen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.